Die letzten 27 Sekunden beim Download. Ich hoffe, es hat überhaupt einen Benchmark. Sag mal es mal so. Ich nehme mein Mikro hier ab. Da unten läuft. Vorbereitung zum Spielen. Nice! Spielen! Hallo? So, ich schaue nämlich gerade tatsächlich nur, ob ich was ändern muss, bevor ich damit live gehe. Okay, weil das braucht tatsächlich genau meine CPU. So, das machen wir schnell mit der Tastatur. Ja! Ja! So! So! Okay, okay, okay. Hey, die Musik ist zwar verdammt geil, aber trotzdem für den Stream und so. Was? Du startest jetzt aber nicht das Game, oder? Tu das jetzt nicht. Mach jetzt nicht den hier. Tu das Not. Mach jetzt nicht diesen. Bitte lass mich wenigstens in dein Hauptmenü rein, weil ich... Aber jetzt kann ich noch was machen. So, findet es eigentlich... Nein, natürlich nicht. Okay, ich muss so aufnehmen. Lieber Uncharted. Aber ich will es ja nicht aufnehmen, ich will es... Live reinschmeißen. Ich will doch einfach nur ins Hauptmenü. Was machst denn du da jetzt? Na, endlich. Hauptmenü. Einstellungen. So. Grafik. Willst du mich jetzt verarschen? Du hast keinen Benchmark-Modus. Leidergottes muss ich... Leidergottes muss ich... Die Musik ausschalten. Die Musik ausschalten. Die Musik ausschalten. Das muss da mit drin sein. Das war's für heute. Meine Hien Ich hätte jetzt gerne einen Benchmark. Spielbeenden, ja.